Das ist Sonntagsfilm bei RTL. Architekt 32 verwitwet mit Sohn. Wenn du eine neue Frau findest, dann hast du sicher Sachs mit ihr, hä? Das will ich doch hoffen. Eine Radiosendung verändert sein Leben. Glauben Sie, dass es da draußen irgendjemanden gibt, den Sie so sehr lieben könnten wie Ihre Frau? Wissen Sie, Dr. Marcel Fields, da muss ich. Ich hätte es mir kaum vorstellen. Denn jetzt wollen 2000 Frauen, Monorie. Die waren aussendlich, Muckis und Knallpuppen. Tom Hanks sucht seine Traumfrauen. Schlaflosen Zirkel, Sonntag 20.15 Uhr bei RTL. Wie haben Sie ihn vermisst? Den Traumtypen? Wie, wer sind denn da? Mit dem Traumstock? Ich habe gehört, ich spiele es jetzt in Schlimmland. Detektiv-Ski. Er war Detektiv verstanden. In seinem Traum-Onto. Mein Lund. Lange genug gewartet, er ist wieder da. Mit allen neuen Folgen, brandneu synchronisiert und endlich in voller Lecken. Ich gebe Ihnen Antwort. Mein Mann, das war die Nacht. Endlich wieder aus dem Schirm. Ab 30. Mai bei RTL.